Hallo im Rätselbuch der Renaissance im Verzeichnis aller Rätsel. Wir sind bei den Darstellungstechniken. Klicken wir uns mal durch. Hier ist unser Rätsel. Warum ist Carrara keine Stadt wie jeder andere? Das soll offensichtlich Carrara sein. Und was ist mit dieser Stadt los? Carrara, hast du das schon mal gehört? Wir gucken. Des Rätsels Lösung anzeigen. Nein, bei weitem nicht, denn wenn es Carrara nicht gäbe, wäre er nicht so weiß. Wer? Schau dir an, was man Carrara abbaut. Es ist einzig und allein die Reinheit der Farbe, die schon Michelangelo faszinierte. Marmor, der mit feinen, dunklen Äderchen durchzogen ist, den könnte man zur Not auch woanders finden. Carrara liegt in der Toskana, 45 Kilometer nordwestlich von Pisa und ist und bleibt die Stadt, die den weißesten Marmor fördert. Sobald Marmor geschliffen und poliert ist, würde eine Kugel dann so aussehen. Und wenn ein Bildhauer wie Michelangelo den Block in die Finger bekäme, dann könnte er so aussehen. Das ist die Statue des Moses von 1515 aus Marmor. Die Höhe ist 2,39 Meter zu sehen als Statue auf dem Grab von Julius II. in San Pietro in Vincoli, Rom. So, jetzt habe ich hier noch viele, eher einzelne Seiten zu Marmor und Stuck. Wir klicken mal eine an. So, Marmor aus Carrara, das sind Bilder von Dreisatz. Die habe ich mal im Fernsehen mitgeschnitten und hier siehst du so eine Marmor-Werkstatt. Hier, wie der Marmor behauen wird. Dann der Wikipedia-Artikel zu Carrara und wir nehmen die zweite Seite. So, wieder Marmor. Ah, die wirklich fangen bei Null an. Du hast den Block und dann geht's los. Marmor, die Namensgebung. Der Name Marmor stammt vom griechischen Marmaros, das gebrochene Gestein. Chemisch gesehen ist Marmor nur Calciumcarbonat, also eine Form von Kalb. Erst der geologische Vorgang der Versenkung bei der Gebirgsbildung, Metamorphose, macht aus dem Sediment Kalk den Metamorphorit Marmor. Der Carrara-Marmor war ursprünglich also ein Kalkschlamm am Boden des Thetesmeeres aus der Zeit des untersten Jura und somit ist er etwa 200 Millionen Jahre alt. Grün-Dicht-Grau-Verfärbungen rühren von Verunreinigungen durch Minerale her. Neben Kohlenstoff in Form von Graphit sollen Chloridminerale und Chlorid für solche Verfärbungen verantwortlich sein. Diese Verfärbungen sind zum Beispiel im Bodenbelag des Petersdoms erkennbar. So, wir stoppen jetzt mal hier. Also, Marmor. So, wir stoppen jetzt mal hier. So, wir werden hiermitопolge sein ist Flohr een Katrin-Z Reach 응 Pred 오늘. So, wir vor uns auf hormonesischen Sichtentw� plaint theminberfärbungen. So, diese Verfärbungen sind vorhinhalți shofer an der Seg週